Hey meine Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Ihr seht es schon in diesen wunderschönen blauen Augen. Wir sind bei Legend und ich bin wieder alleine. Das hatte ich in der letzten Folge schon erwähnt. Grund dafür ist, dass ich den Talco nicht erreicht habe, weil ich spontan diese zwei Folgen jetzt aufnehme, weil wir ewig lange nichts mehr aufgenommen haben und ja, gut, macht ja nichts. Um euch auch noch mal zu erklären, warum die letzten Wochen, vielleicht habt ihr die letzte Folge nicht gesehen, da habe ich es auch schon mal erwähnt, warum in den letzten Folgen hier von mir und vom Talco nichts kam. Ich war im Urlaub und deswegen, wir haben nicht geschafft für drei Wochen vorzuproduzieren, genau. Deswegen fehlen, glaube ich, zwei Wochen. Haben jetzt, glaube ich, gefehlt. Aber das macht ja überhaupt nichts. Passiert halt mal. Passiert halt mal. So, wir bauen jetzt hier weiter, denn ich möchte hier diesen Raum auskleiden. Guckt mal. Bauen wir hier einfach mal weiter, so lange. Da muss ich mich nachher mal hochstecken. Bauen wir hier nämlich dann schön schön, schön, schön weiter. Oh, kaputt gemacht. Oh, reingefallen. Schön. Dann holen wir uns jetzt nochmal eine Hack gerade. Und lagen da Dings, 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 Dings. Habe ich nicht gerade eine Gescheite noch hier irgendwo? Wir müssen doch auch noch haben wir kaum noch Spitzhacken? Ernsthaft? Wir haben fast nichts mehr Gutes, ne? Ich brauche jetzt aber mal den ganzen Schrott hier tatsächlich auf. Sonst noch was? Die Eisenschaufel kann ich mir mal mitnehmen. Da war nämlich auch Erde, habe ich eben gesehen. Es leckt ein bisschen tatsächlich hier auf dem Server seit ein paar Tagen. Ich war ja die Tage schon mal drauf und habe ein bisschen Sand gefahren, was ich noch in die Kiste geworfen hatte. War zwar nicht viel, aber also fürs Heiligtum in die Kiste. War zwar jetzt nicht so viel, aber ich denke mal jeder Sandknubbel könnte da behilflich sein. Da kam Eisen raus aus dem Stein. Passiert ja manchmal, dass so Sachen hier rauskommen. So kann man ja auch, glaube ich, den Sockelstein kriegen, ne? Wenn man farmt. In Anführungszeichen farmt. Ich will aber jetzt hier tatsächlich erstmal meinen Weg bis oben hin ordentlich haben. und zwar mit diesem süßen Stein hier. Nämlich, dass das hier vernünftig endlich mal aussieht in diesem Raum. Wir haben jetzt ewig lang, wir hatten ja erst diese Farm hier unten. Da wussten wir generell nicht mehr, was sollen wir jetzt noch bauen. Keine Ahnung. Nimmen wir überhaupt noch Legend auf? Das steht jetzt auch noch im Raum. Ich muss mit Taiko mal sprechen jetzt. wenn ich ihn dann erreiche. Ob wir überhaupt weiter aufnehmen. Oder ob wir warten, bis der Restart vom Server kommt. Der kommt ja jetzt auch bald. In einem Monat soll der, glaube ich, kommen. Oder ob wir so lange halt einfach warten, diesen Monat. Bis dann der Restart kommt. So. Uppala. Da sind wir nämlich auf jeden Fall mit dabei. Wenn das hier neu beginnt, das Abenteuer. Sag mal, dann baue ich mich hier immer hoch. Deswegen, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob beim Taiko Folgen kommen für die Tage jetzt. Oder nicht. Ich denke mal eher nicht. Und wenn er jetzt mir, wenn er mir jetzt zurückschreibt, ich hatte ihm ja geschrieben, ob er aufnehmen kann, und sagt, äh, lass uns erst mal wieder aufnehmen, wenn das neu startet, dann werden von mir jetzt auch keine Folgen mehr kommen. Dann werde ich nämlich so lange auch aufhören. So, hier müssen wir aber tatsächlich, glaube ich, zwei Wände wegmachen, ne? Wasser, Wasser, Wasser. Kommt dieses zuckersüße Wasser her. Jetzt ist es weg. Denn ich habe es weggemacht. So, direkt auskleiden hier alles. Soll ja alles vernünftig sein hier, ne? Ich werde auch im Oktober nochmal, ich habe ja erzählt, dass ich im Urlaub war, und da wollte ich ein paar Vlogs machen. Die habe ich auch tatsächlich gemacht, aber ich war zu faul, die zu schneiden. Und das ist jetzt auch schon zwei Wochen her. Und demnächst bin ich schon wieder im Phantasialand mit der neuen Achterbahn. Die wollte ich auch wieder aufnehmen. Und... Ha! Das ist alles immer so viel. Aber ich bin da am Ball für euch. Oh! Stummkopf. Ich bin da am Ball für euch. Ich versuche... Ich versuche... Oh nein! Das gibt's doch nicht! Soviel zum Thema, ich war im Urlaub. Ich kann kein bisschen Minecraft mehr spielen. Das hat sich ausge-minecraftet. 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 So, wohnen wir das mal ab. Ich schreibe mal hier Huhu. So. Mist. Und ich sehe gerade, wir waren sogar noch ein zu weit. Sieht ihr das? Aber das ist gar nicht mal so schlimm, glaube ich. Sieht ganz cool aus, wenn hier so ein Übersturz ist, oder? Sieht das cool aus? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich denkt ihr jetzt, äh, hässlich. Es leckt, es leckt, es leckt. Das baue ich auch mal mit ab hier. Die Verzierung wollten wir ja eh später erst dran machen. So. Baue ich das mal weiter hier. Blub, 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 blub. Blub, die, blub, die, blub. Wenn ich alleine bin, weiß ich tatsächlich nie, was ich sprechen soll. Außer so ein bisschen was zu erzählen. Und über das Spiel auch hauptsächlich... Nein, ne? Zu quatschen. Ähm. Ja. Ja, gut. Muss ich nochmal hoch. Wie viel Zeug haben wir denn? Guck mal, wir haben so viele Diamanten, ne? Wir haben sogar gerade momentan mehr Dia wie... Mehr Dia wie Dings. Also nehme ich jetzt doch mal die Dia-Hacke hier. Fahnen wir hier mal den ganzen Stuff auf. Und stecke mich hier direkt wieder hoch. Oh, kann weiterbauen. Woo! Ähm, so. 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 Tun wir das direkt mal hier... Ähm, ähm, ähm. Auskleiden. Und da wir jetzt einmal hier hochgesteckt sind, fangen wir hier schon mal an die Wand hier oben mit abzureißen. Und dann kommen wir ja später von unten dran. Auf der Höhe ja jetzt nicht wirklich. Das sollte nicht passieren. Können wir hier nämlich auch schon mal die Wand machen. Hatte ich doch noch welche? Ja, noch reichlich. Wir haben ja reichlich geburned da, letztens. Was heißt letztens? Vor drei Wochen war das bei mir. Oh, mein Gott. Ihr merkt es, glaube ich. Dieses ständige Verbauen hier. Das ist meiner Pause geschuldet. Wie schnell man Dinge verlernt. Das ist so krass. Das ist so krass. Oh, Mann. Krass und nervig. Tatsächlich. Es nervt mich gerade selber. Aber richtig hart. Das ist so, als ob ihr zehnmal irgendwas machen wollt. Und es funktioniert einfach nicht. Es funktioniert, funktioniert und funktioniert nicht. Das war ja das, was ich meinte. Von hier aus kommt man dran. An die oberen Steine. Oder man springt und baut ab. Ich denke manchmal, dass da jemand steht da mit dem Rasen. Kann sein, dass die Folge was länger wird. Ich will unbedingt hier fertig werden, diese Raumausstattung zu machen. Dass dieser Raum wenigstens außerhalb, bis auf die Decke, die schaffen wir definitiv heute nicht mehr. Außerhalb wenigstens ein bisschen vernünftig aussieht. Da haben wir noch Steine. Und ich glaube, das kriegen wir tatsächlich innerhalb des Rahmens der 15 Minuten noch hin. Ich muss hier nur die Steine setzen. Und das geht eigentlich ziemlich fix, wenn ich mich nicht tausendmal verbauen würde. Und es gerade nicht legen würde. Aber es tut es. Blub, 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 blub. Ah! Hilfe! Hey! So! Guckt mal. Jetzt ist es wieder dunkel. Warum auch immer. Manchmal geht einfach dieser Effekt weg. Guckt mal, wie unheimlich das dann aussieht hier überall. Wie dieser Nachtsicht-Effekt weggeht. Das ist krass, ne? Richtig unheimlich, oder? So richtig verlassen und sonst irgendwas. So sehen die anderen Fraktionen das hier. Dunkel, verlassen. Hey! Mir hat jemand eine Ender-Chest gegeben. Hatte ich die eben schon mal drin? Beziehungsweise gestern? Mega! Danke! Wer auch immer das war. Welch heimlicher Spender das war. Hat Taiko auch eine bekommen? Taiko hat auch eine bekommen. Super. Welch edler Spender es war. Vielen lieben Dank dafür auf jeden Fall. Und ich würde sagen, das war's dann auch mit der... Ich gehe gar nicht ins Dunkle, mehr runterhilfe. Ich bleibe in der Küche, die ist am hellsten. Hier in der Ecke. So. Hier verschanze ich mich jetzt. Vielen lieben Dank für die ganzen Geschenke immer. Und ich denke mal, bei mir wird's weitergehen, bis Legend... Wirklich dann... Wie nennt man es? Neu kommt oder neu release, sag ich jetzt mal. Aber bis dahin, ob Taiko dabei sein wird, weiß ich nicht. Ich hoffe, er antwortet mir. Und dann sehen wir uns einfach nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss! 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 Vielen Dank.